immer schon wieder gut ist klinik zum Beispiel wieder und fortfacht bei ihnen müssen wir haben bei Kursi wir treffen uns dann auf der anderen Seite mehr genau das machen dass ich nicht wieder erwischen wie die Börse Prozent vermeiden Prozent alle Teams die an alle übliche Schwede wird geteilt sollten nun mal ein Spargelöcher Riehl er hat nur wenigstens mit dem Wiesel von der Ausstatt nicht 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 viele Rupport am Start in der Serie das ist kaputt was war das denn in dieser Anlage gibt es Störungen, die ein Riss in der Zeit zu verursachen scheinen ich hatte so Vorsicht, bis wir genauere Informationen haben Riss in der Zeit? Däm! hört sich sehr interessant an so ein Riss in der Zeit und so ui Zeitreisen nicht Uiuiui das wird sich sehr geil am gleichzeitig den Versammelfen ist so schön kommt das tut mir sh说 schon sehr interessant das f Let's Los Wow. Oh, das sieht ja alles so schön aus und so. Und weg. Boah, das Gebäude ist ja komplett weg. Was ist das hier? Die AMC betreibt im Grenzland mehrere wissenschaftliche Forschungsanrichtungen. Von dieser hier weiß die Miliz aber vermutlich nichts. Oh. Wie viele dieser Einrichtungen gibt es? In den 8 Monaten vor Operation Broad Sword hat die 9. Milizflotte mehr als 29 derartige Anlagen erobert oder zerstört. Na bumm. Na bumm, na bumm, na bumm. Da sind ja nicht gehofft. Ja, einfach bei denen da vorbei. Mann, das sind die Angst mich da auch noch. Oh. Ah, ich geh mal Richtung BT. Ich glaub das wär eine gute Entscheidung. Oh, das sieht schon richtig schön aus. Schau dir richtig schön geil aus. Keiner dieser Überreste entspricht Major Anderson's Genprofil. Vielleicht lebt er noch. Oh, das könnte interessant werden. Ähm. Dann fucking ernst. Der kann nicht rüber leben. Ich rate zu einer Überprüfung des Empfangsbereichs. Ich würde sie ja begleiten, aber mein Chassis passt leider nicht durch die Tür. Ja. Du Glückspilz. Ermittler Sarkasmus. Ermittler Sarkasmus. Ermittler Sarkasmus. Uiuiuiuiuiuiui. Ah, fast, nein. Und mehr machen. Ich will überf mehr machen. Hier die Tür. Okay. Oh. Oh, wie schön. Oh, okay. Machen wir auch noch den Helm fertig. Kaputt. Putovic. Tja, ich glaub, der steckt. Definitiv. Der steckt definitiv fest. Oh. BT, ich hab Anderson gefunden. Er ist, ähm, in der Decke. Einsatzziel erreicht. Major Anderson getroffen. Okay, passt. Es tut ober-lo. Korrekt. Körpertemperatur beträgt 17 Grad Celsius. Das liegt unter dem Grenzwert für ein menschliches Leben. Gut, erkannt, ja. Major Anderson. Töööö. Oh, meine, meine, meine. ..sat sich jetzt so danach ankündet. Wie würden? Da jetzt? Dann mal ein Fahne. Da komm... Ja, fiex, ich bitte den mal. Geil, genau. Durch Andersons Tod geht das Kommando von Spezialeinsatz 217 auf Sie über. Ich gratuliere zu Ihrer Beförderung, Pilot Cooper. Es folgen Instruktionen, die Anderson von Commander Sarah Briggs von der Miliz SRS erhalten hat. Wow, okay. Wir haben vor zwei Wochen einige Funksprüche der IMC abgefangen. Sie haben auf Typhon das gefunden. Es gab dort eine massive Energieentladung, die Störungen der Zeit ausgelöst hat. Ich möchte, dass die SRS die Anlage inspiziert. Verstanden. Ich werde mich dort umsehen. Das Sandgelenkgerät, das wir während Operation Grizzly geborgen haben, müsste Sie schützen. Die IMC hat Kuben Blisk und seine Söldner rekrutiert. Sie sollen dort irgendetwas beschützen. Seien Sie also vorsichtig. Und Anderson, Sie wissen, wie gern ich Todesberichte schreibe. Also ziehen Sie das nicht alleine durch. Die SRS ist ein Team. Tja, ja. Das skimmelt okay. Die Daten, die Anderson gesammelt hat, sind offenbar unvollständig. Wir sind verpflichtet, Einsatz 217 abzuschließen. Ich empfehle, Anderson's Handgelenkgerät zu lokalisieren, ehe wir fortfahren. Alles klar. Ja, dann wissen wir schon mal, was wir zu tun haben. An Anderson's Handgelenk war nichts. Dann vermute ich an der anderen Körperhälfte. Aha. Andere Körperhälfte. Ich habe ein bisschen im Körpergebäude entdeckt. Verschaffe Ihnen jetzt Zugang. Oh, ne. Dankeschön. Ich bleibe hier und scanne diese Struktur. Suchen Sie nach Informationen und dem fehlenden Gerät. Mh, mh. Was hat er jetzt? Oh, er wirft es einfach mal. Ähm. Ich will nicht sagen, aber da ist die Leche. Ich arbeite daran. Die Leche ist da. Okay. Ja, dann halt auch mit uns. Wieso nicht, wieso nicht. Hätten wir halt nur gedacht, dass die Leche genau bei der anderen Seite ist. Aber okay, ja. Was haben wir denn da schön jetzt? Wuchsakladung. Ah. Tja. Hallöchen. Sind ja alle mehr, hm? Oh. Oh, oh. Oh, shit. Okay. Hey, der. Aber wir haben sie gerne mal alle mehr, mal gut. Verpfiff. Ich halte feisse, alte feisse, alte feisse, alte feisse, feisse, feisse. Feisse, tschüss. Nein. Nein, 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 nein. So, vom August ist gar nicht mehr beginnen. Fuck. Fuck. Ich bin unsüber. Ich bin unsüber. Ich bin unsüber. Oh, nice, nice, nice. Und zack. Und zack. fahrrad wenn wir ihnen sie kommen schon mal nicht gerade noch vor Ort genau den Infos sind natürlich auch mein ist in Westen der Wand sie sind so er hat er vertreten erinnert und geschätzt holisch wird aber ich bin auch mal geworden als perfekten Wunderschön Welt das Wort Romano Romano wird laufen die Ehe A wenn ich gewohnt werden sie gehen das ist sehr hilfreich erzut werden ganz und ziemlich verarschen auch wir arbeiten ha der märkten die spieler und wieder eine neue Ladezeit oder was Aho, wieder neue Ladezelt, euer Korridor und so, und ist trunken dran. Irgendwas fresher-than-new-mäßigeres kriegen wir jetzt. Hm? Ich hab's mir eh gedacht, wieso macht er nicht ein Loch bei der anderen Seite? Er könnte einfach nur die Wand weg sprengen und wir würden halt das Armband auch so kriegen und dann kann er's eh noch hinwerfen und so, aber nein! Nein, wir müssen unbedingt bei der Seite. Da, ich seh. Ah, Wahnsinn! Die Frage ist nur, wie hat er das geschafft, dass er so landet? Ohhhh, nice! Das ist geil, das ist geil! Also es gibt's nur... Wie seh ich denn? Es gibt ja nur... diese... der O-R-Z-Z-Kräfte übertragen, um die Kommunikation trotz Zeitverschiebung aufrechtzuerhalten. Uh, durch Zeitverschiebung. Oh! Das hier ist natürlich... Pass, du... Ich kenne mich alle mal! Ah, ah! Schlecken! Bin drehen, bin drehen, bin drehen, bin drehen! Nicht schlecht, nicht schlecht! Schlecken! Oh, geil! Das ist geil! Einfach umswitchen und so. Ich bin weg, ich bin weg! Einmal, zweimal! Oh, wie nett! Wie nett, wie nett! Warte, dann muss ich mich noch bis aktivieren! So, genau! Hm-hm! Hallo hier! Und, wenn ich doch, dass ich da bin oder was? Ist süß! Oh! Tschüss! Woh! Was? Woh! 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 Währends geht! Ja, noch über rauskommen! Die Echse-Frechheit! Ähm wohin? Eh-hm, hellöle! weirds. Ah, so, � guck guck! so alle ich möchte aber ein Ziel er hat er zackt nun mal ich habe mich Nimm dich, der Weg. Perfekt, perfekt, perfekt. Und zack. Au. Da sind auch noch die Roboter. Heee, hast du gedacht? Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Das ist eh schon der Letzte, oder der Vorletzte. Zack. Komm ich da irgendwie da rauf und so, geht das? Aha. Ja, passt. Passt, ist schon mal ein gutes Zeichen. Und auf. Yes. Und auf. Und auf. Oho. 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 Ah, schon da ist gut aus. Perfekt, teilen, lügen. Ich muss abgeschlossen werden. Oho, die Tests. Oh, nein, bin nicht da. Bin definitiv. Ein Teil von Henderson beschädigt im Protokoll könnte hier für relevant sein. Oho, eine Down-of-Fix-Auto. Oho, 3, 4, 1. Die IMC hat tatsächlich etwas entdeckt. Etwas, das Raum und Zeit falten kann. Wir haben das Ding garantiert nicht gebaut, aber sie reaktivieren es. Was immer sie vorhaben, es könnte eine Katastrophe auslösen. Oh. Oho, hat man gemerkt. So, da haben wir auch gerne eine andere Waffe und so. Perfekt. Nee, oder vielleicht... Nee. Fuck. Oh, fuck. Fuck, okay. Oh. Oh. Und kaputowitsch. Super. Oh, jetzt passt. So, aha, okay, dann gehen wir mal da ein. Geh mal da ein. Nee, da sind wir ja kommin. Na gut, dann schon mal bei der Seite. Immer da am besten vorgehen oder wo wir da am besten hingehen könnten. Hm. Dann heute nicht. Oh. Jawohl. Da müsste vielleicht bei der Seite jetzt auch irgendwas... Ja, okay. Sag. Hm. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Oh. 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 Oh, mein Gott. Geile Schätze. Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott. So. Und, ich will tun. Kriegen wir vielleicht nicht. Zulu6, bereiten Sie die Lade für die Verlegung vor. Okay, geht nicht. Wenn ich das jetzt wieder aktivieren würde. Warte, 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 warte. Nee, das noch nicht. Das aber. Nee, ist auch das falsche. Fuck. Okay. Aber da hätten wir wenigstens ein paar Sachen. Cool. Nee, 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 nee. Hätte ich das gern. Die, ja, genau. Ja, wir müssen uns quasi reinfallen lassen. Hey, hey. Ja, jetzt können wir nicht wechseln. Jetzt dürfen wir definitiv nicht wechseln, wer sonst. Jetzt haben wir gefickt. Und, zack. Und, machen wir ihn fertig, machen wir ihn fertig, selbstverständlich. Das war einfach nur Scheiße. Scheiß-Tricks-Billigs-Dorf, hein. Aber wir tue ich. Ah, es brennt alles. Ab so, es brennt alles. Und er sagt auch noch, der P-Low. Oh, die Lade. Oui. Ja, dann schauen wir mal, wo der Scheißdreck woanders ist. Oh. Haha, bis weg. Haha, bis wieder da. Oh, fuck. Hm, nope. Ich will nicht da sein. Ich will den wieder die Hund-Dinger. Okay. Warte, tack. Haha. Let's lay, let's lay, let's lay. Oh, war ein Sinn. So, was ist da? Ah, nein. Hallöschön, wechsel. Und, wieder wechsel, und, wieder wechsel, und, wieder wechsel. What? Oh, wie süß. Hoppa, bis zu Töp, hat sich in den Sinn geschießen. Oh, na, zack. Haha. Ha, 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 ha. Auf, der Wahnsinn. Befasste, beim Meiergang, aber noch fast. Oh, nur fast. So, gut. Weil die Dinger explodieren, die Eamnd. Danke, ja, schön. Ha, 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 ha. ha, 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 ha. Und keine Achtung, weitergehen. Und... Unsere Ringe aktivieren. Testsequenz beginnt, sobald die Lade in Position ist. Okay, passt. Danke schön. Gut zu wissen. Wutsch. Und Hallöchen. Oho. Hoppa. Ist schon wieder alles gesperrt. Oh, da. Aha. Da können wir weiter. He 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 he. He he he. Oh, das schlägt. Das schlägt. Gut gemacht. Gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und... Anlegen. Zack. Ne, zwei, drei, zwei. Und warm er den. Oh, Mist. Wollen wir den jetzt gerade? He 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 he. Geil gemacht. Geil gemacht. So, der... Zack, zack. Oh, zack. Weg. So, und... Zack. Alle Löcher. Wie geht's denn so, Leute? Oh, shit, 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 shit. Fuck, 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 fuck. Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott. Beide Seiten sind jetzt gerade falsch. Wollte nur ein bisschen wechseln. Na, Wahnsinn. Nur ein bisschen. So, zack, zack. Aber wie ist jetzt nochmal auf? Wie ihr euch? Wechseln. Aktivieren. Nix. Nachladen. Beiner laufen. Mitnehmen. Beiner laufen. Was? 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 Da ist aber was. Was haben wir denn das schönes? Audio-Lock. Warte, gibt's das? Blutnehmen. Ne, das Blutnehmen. Audio-Lock. Warte, da haben wir uns jetzt drüber. Wir nutzen und drüber schwingen. Wuhuuu. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ach so. Ach so. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, genau. So. Oh, warte, warte, warte. Das ist schon geil, Mann. Das ist schon geil. Pilot, die Ringe ab meiner Position enthalten sehr viel Restenergie. Dies war die Zielposition der Lade. Andersons Plan beinhaltete eine Aufklärungsmission in unmittelbarer Nähe des Zentrums der aktiven Ringe. Aha. Du wirfst und guckst du wirfst und guckst du wirfst und guckst du wirfst und guckst du wirfst. Wahnsinn. Hoppa. What the fuck sind die 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 die? Okay. Okay. Nice. Und wir sind drin. Ah. Nicht schlecht, nicht schlecht. Geil gemacht. Wow. Tja. Da. Und drei mit uns. Oh. Passt. 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 Oh mein Gott. Ich hätte nichts drücken müssen. Hey, wir haben es geschafft. Nice. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist geil. So geil gemacht. Das eigentliche Ziel ist einer unserer Planeten. Harmony. Außerdem haben sie die Zeitachse verlagert. Ich muss sofort Sarai informieren. Oh. Ha ha. Oh nein, 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 nein. Ahaha. Das ist ein Aus tychus. Oh, das hat einfach closest heute vor Ort. Oh,atschule, G Forst irgendwie war's der Neumgang. Hab ich vielleicht einen Plan. Rent Мосalausende. Projekt кат assets. Alles klar, wir treffen uns draußen. Sieg für Sch Lamb 01. five dreams, wer appropriate. aber und erzeugt wurde und für gern nur mit dem Wort auch wenn die neue Produkte du so die Gidea Kim Wisske Mio und nun so gut und wieder leise geht Wieder ein anderes Ding find! Tschüss! Auf den nächsten Pingchen, Pingchen, Pingchen! Ja, wir werden unsere Mission fortführen! Wahnsinn! Ja...